Ja, viel schöner ist das Wetter immer noch nicht. Aber egal, wir fliegen wieder fröhlich drauf los. Hauptsächlich, weil wir mutig sind. Bremse lösen, Gas geben und alles weitere kommt denn unterwegs. Wobei, die sind drei Knoten von schräg vorn. Das ist ja eigentlich noch machbar, ne? Ja, aber so ganz einfach darf man sich das auch nicht vorstellen. So, Vollgas. Power. 75, 80, das reicht eigentlich dreimal zum Abheben. Dann heben wir doch dreimal ab. Fliegen wir mal schön tief über die geparkten Flugzeuge. Einfach, weil es so schön aussieht hier. Die Jungs im Tower, wie jetzt die Zähne klappern. Ja, dafür müssen wir jetzt leider ein bisschen Höhe gewinnen. Sonst ist das meine Zähne, die klappern. Wenn wir irgendwie zu dicht über diverse Unebenheiten hinweg flattern. Die schöne Stadt Belfast, die Perle des Nordens, Metropole der Freundschaft und des Tourismus. Und natürlich Thema für zahllose Lieder. Belfast, 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 von Boney M damals. Obwohl, wer weiß, ob das hier auch wieder eine Coverversion von irgendwas war. Wie hoch sind wir 2000 und ein paar zerquetschte Füße. Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen nach oben hin Gelände gewinnen, auch wenn da Wolken hängen. Und werde dann anschließend die Wolken entfernen, weil ich bin der König im Wolken um die Ecke schieben. Deswegen kann ich mir das erlauben. Dann pfusche ich am Realwetter herum, das hier im Moment noch geladen ist. Ja, was für eine wunderschöne Stadt, wer möchte da nicht seinen Urlaub erleben? Ah, Sicherheitshinweise. Ich vergaß, ist bestimmt ein amerikanisches Produkt, von daher kleben überall Sicherheitshinweise. Stoßen Sie mit diesem Flugzeug nicht gegen Berge, das ist nicht gut. Tun Sie es nicht, auch wenn Sie es wollen, auch wenn Sie es können, lassen Sie es. So, 3300 Fuß haben wir ein bisschen noch. Und dann kümmere ich mich gleich um die Wolken. So, 3400, okay, so. Ja. So, jetzt der Autopilot hat ein bisschen gebraucht, weil ich ja noch kräftig hier an irgendwelchen Hebeln gezogen habe. Ist auf GPS eingestellt. Autothrottel ist, doch, Autothrottel ist auch aktiv. Offensichtlich, man hört es ja. Auf, ach so, aber er funktioniert nicht, na nur. Ja, vielleicht mal wieder. Es gibt also doch noch kleinere Probleme mit dem Kram. Hardware Reconnect. Nein, nicht so ohne weiteres. Also, dann muss ich ihm doch mal kurzzeitig den Strom entziehen. Wieder rein stöpseln. Wofin alles ein bisschen suppelt und zappelt. Und da ist er wieder als nächstes Mal. Also, jetzt können wir auch Speed wieder verdrehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, womit das zusammenhängt. Da ich jetzt festgestellt habe, dass zum Beispiel auch hier der Autothrottel gerne mal irgendwie beim Neuladen eines Flugzeuges rumspinnt, kann das durchaus sein, dass auch der Arduino in dem Analog-Verdreher hier einfach sagt, ja, neues Flugzeug, dann starte mich mal neu. Okay, da muss ich mal Rücksprache halten mit seinem Werten Erbauer. Was mache ich jetzt hier gerade richtig? Ich wollte Wolken verschieben. Das mache ich aber nicht hier, das mache ich hier. Und, 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 ich sollte sicherheitshalber die Karte wegschalten, weil manchmal habe ich sonst unter der Karte den alles entscheidenden Knopf, den ich eigentlich, ja, legen wollte. So, manually configured, ach, guck mal hier, wir haben eine Broken Cumulus und View Cumulus und eine Visibility, die miserabel ist. Also, aus rein touristischen Gründen drehe ich die mal hoch. Ja, viel besser, ne, auch farblich. Es ist einfach hübscher so. Apropos hübsch, wir müssen Fotos machen. So, lächelt ihr mal eben bitte. Wo kommt die Sonne? Die kommt von mehr oder weniger vorne, ne? Dann machen wir mal so. Genau, das sieht doch schick aus. So, Fudo. Nein, da, Fudo, falscher Knopf. Falsche Tastenkombination, um genau zu sein. Mit einem Knopf gibt sich Windhofs ja nicht, guck mal, der liest doch noch ein Buch unterwegs. Aber der kommt gleich wieder, ne? Die bewegen sich halt allen Ernstes, die Jungs. Noch näher komme ich nicht ran. So, macht doch mal Kopfschütteln. Ich finde das immer so interessant. Oder habt ihr die Animationen eingestellt? Übrigens scheinen sie jetzt andere Klamotten anzuhaben, ne? Der eine hat jetzt kariertes Hemd an. Dann wird der eine auch eingeschlafen. Das würde viel von meinen Flüten erklären. Dann werden wir auf jeden Fall erst mal jetzt wieder die Landkarte einblenden. Lisburn ist auf unserer rechten Seite gewesen. Und vor uns kommen jetzt Hügel. Warum sind die eigentlich nicht so wirklich dargestellt? Mal gucken, ob ich hier ein bisschen mehr bei Map. Wir haben jetzt Open Topo. Und wir haben auch noch Open Street Map. Mal schauen, ob da ein bisschen mehr ist. Ne, ganz im Gegenteil. Da ist noch weniger drauf zu sehen. Also bleiben wir bei Open Topo. Oh, die Satelliten-Map brauche ich nicht. Die ist hier. Weil wir haben hier schon Satelliten-Bild. Wir können aber Folgendes machen. Wir können hier reinzoomen. Dann sehen wir auch mehr zum Thema Berge und sonstige Erhebungen. Ja. Wir sehen aber weniger drumherum. Berge, Berge, Berge. Ich glaube, wir können uns das erlauben, anhand des superbreiten Bildschirms auch hier wieder ein bisschen Radar einzublenden. Die Maus verschwindet hoffentlich gleich wieder von selber. Jetzt muss ich übrigens noch einen Schluck aus meiner Reisetasse trinken hier. Was für eine Höhe haben wir? 3,6. Er sagt, das reicht. Ich vertraue der Technik. Ist das schön, wenn die Kamera so farbig ist. Die Kamera farbig ist. Da ist das kleine... Das kann ich euch auch mal zeigen. Habt ihr noch gar nicht gesehen. Also hier ist jetzt quasi mein... Das ist der Hauptmonitor. Hier fliege ich gerade drauf. Und hier ist jetzt der Kontrollmonitor. Eigentlich nur ein angeschlossener 2. bzw. 3. Monitor, je nachdem. Wo OBS drauf läuft. Und aufgezeichnet wird nur dieser Monitor, was ich für sehr nützlich erachte. Ja. Und dann kann ich hier also nicht nur OBS ständig die Kontrollen sehen, sondern ich kann vor allen Dingen hier eine Ecke sehen. Postet ihr die Kamera noch? Hehehehe. Ja, ne? Technik ist toll. Ich sag den Leuten immer wieder, ihr dürft nicht vergessen, ich bin Baujahr 62. Das heißt, für mich ist das hier alles nicht selbstverständlich. Für mich ist das... Science-Fiction. Jeden Tag neue Science-Fiction. Und da stehe ich drauf. Deswegen will ich auch so Technik-Freak. Ich muss eigentlich immer jedes neue Spielzeug haben. Ich kann es mir nur meistens nicht leisten. Deswegen warte ich immer, bis es so weit billig geworden ist, dass ich es mir leisten kann. Und dann finde ich es immer noch toll, weil es ist für mich immer noch Science-Fiction. So, äh, Dublin. Wir fliegen nach Dublin. Dublin. Ein Onkel von mir, der hat früher, als ich noch klein war, wenn ich den besucht habe, da lief den ganzen Tag Dubliners. Rauf und runter. So, Dublin. Dublin. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Also irischen Akzent kann ich immer was zu sagen. Also Scottish Accent. Ich sag immer, äh, Hochbritisch. Das wäre... The excitement of music is right here. Schottisch wäre dann... The excitement of music is right here. Und irisch wäre dann... The excitement of music is right here. Wie komme ich darauf? Ich weiß auch inzwischen, es stimmt nicht pauschal, aber ich habe bei Airbus mal relativ lange Zeit Arbeiter bewacht, die an einem Airbus gearbeitet haben. Und das sind Zeitarbeiter. Ja, es sind qualifizierte Zeitarbeiter. Die kamen aus Irland. Und die sprachen, wie ich mir Amerikaner vorgestellt habe. Also ganz viel R drin. Ich weiß aber, dass in anderen Regionen von Irland eben wieder ein sehr guturalisches Irisch gesprochen wird. Ich habe leider nicht gefragt, wo die Iris herkamen. Aber ich weiß jetzt, wo die Amerikaner in Akzent herkamen. Nämlich von den ganzen Iren, die da umgesaust sind. Ähm, ja. Ja, also auf die nächsten 10 Meilen jedenfalls reicht es noch mit der Höhe. Dann drückt uns mal die Daumen. Da unten ist wieder ein Jahreszeitenwechsel in den Satellitenbildern links unten zu sehen. Die Berge machen mir ein bisschen Sorgen, aber ich werde ein Auge drauf haben. So, Dublin. Lokal auch Dublin. Irisch. Beil-Affa-Kleif. Hä? Ist die Hauptstadt und größte Stadt der Republik Irland. Nicht Nordirland. Äh, Nordirland, Teil des britischen Königreichs, sondern Republik Irland. Das sind die, die nicht zu England gehören. Thema Brexit. Ähm. Die deutsche Übersetzung lautet Stadt an der Hürdenfurt. Der englische Name stand vom irischen Dublin. Schwarzer Teich. Okay. So, dann scrollen wir hier mal weiter runter. Dublin. Landschaft. Gucken wir einfach aus dem Fenster. Landschaft. So, haben wir mehr drüber gelernt, als alles, was ich hier vorlesen kann. Aber hier ist dies trotzdem noch ein bisschen was. Dublin, durchschnittlich 20 Meter über dem Meeresspiegel. Die Liffey teilt Dublin in den Nordteil, die Northside, und den eher vornehmen Süden, die Southside. Wobei diese Unterteilung heute weniger scharf ist, als in den früheren Jahrzehnten. Blablabla, kreuz auf dem Fluss, zahlreiche Brücken. Das heißt also, ein kleines Staus ohne Ende. Kaufhäuser, Genetika, blablabla, Klima. Was ist das da? Außerhalb der Innenstadt liegen die Wohnquartiere, vor denen manche noch einen sehr einheitlichen Stil aufweisen. Das klassische Arbeiterviertel Cabra besteht aus langen Reihen winziger Häuser aus Backsteinen. Marino ist ein Beispiel für eine am Reißbrett konzipierte Mittelschichtssiedlung. In Bumond überwiegen die semi-detached Doppelhaushälften. Ah, da kann man prima Filme drehen. Reicht das noch? Er sagt, das reicht. Na gut, wenn er das sagt. Wer bin ich, das anzuzweifeln? Klima ist vorhanden. Ja, Geschichte. Na, gucken wir doch mal. Die erste bekannte Erwähnung findet Dublin in den Schriften des Ptolemäus aus dem Jahr 140 unter dem Namen Eblana. Ursprünglich bestand die Stadt aus einer keltischen Siedlung mit dem Namen Ad Cleath, was so viel wie Hürdenfurt bedeutet. Okay, das hatten wir schon. 842 gründeten Wikinger daneben ein eigenes Dorf, das sie Doiblin in etwa schwarzer Teilchen nannten. Aha. Nach einem von ihnen als Hafenbecken genutzten Gewässer an der Mündung des River Poddle in die Lefay. Die Machtstellung des von ihnen gegründeten Königreichs Dublin ging nach der Schlacht von Coltarf 1040 verloren. 1014 verloren. Die Stadt wurde 1170 von den Anglo-Normannen unter der Führung von Richard de Clare und seinem irischen Verbündeten, oh Gott, Diamoyd-Mek-Merchada, Com-Kakao-Ma-Nach. Wow, kein Wunder, dass sie untergegangen sind. So, ab 1172 wurde Dublin das Verwaltungszentrum der Anglo-Germanen. Die Stadt hatte zu der Zeit weit verzweigte internationale Handelsbeziehungen zu Skandinavien, Island, Großbritannien und in zunehmendem Maße zu Frankreich. Die Pest kam 1348 nach Dublin und verursachte eine bildachtliche Schrumpfung der jetzt überwiegend englischen Bevölkerung. große Hungersnot in Irland, ah ja, die als große Hungersnot in Irland oder Englisch Great Famine oder Irish Potato Famine oder Irisch Angorta Mor in die Geschichte eingegangene Hungersnot zwischen 1845 und 1849, 1851, war die Folge mehrerer Kartoffeln missernten, durch die das damalige Hauptnahrungsmittel der armen Bevölkerung Irlands vernichtet wurde, aber auch der sozialen und politischen Verhältnisse. Auf der Suche nach Nahrung flüchteten immer mehr Landbewohner in die Hauptstadt. Die Hungersnot hatte verheerende Folgen für Irland, führte zum Tod von schätzungsweise einer Million Iren und zur Auswanderung einer weiteren Million, in erster Linie nach Kanada, Australien und in die USA. Ja, ja, 1916 kam es in Dublin zum Aufstand gegen die Briten, der Osteraufstand. Ja, 1919, also drei Jahre später, etablierten irische Abgeordnete das irische Parlament und erklärten die Unabhängigkeit Irlands. Es folgte der irische Unabhängigkeitskrieg und darauf der irische Bürgerkrieg, der in Dublin große Schäden anrichtet, viele der wichtigsten Gebäude wurden zerstört. Bla, 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 bla. Freistaat Irland, 1922. Ah, der Status des Freistaates wurde 1937 durch die irische Verfassung, welche Irland, oder Ireland, beziehungsweise in der irischen Sprache Eire, zum Staatsnamen und den Präsidenten Irlands zum Staatsoberhaupt machte. Bla, 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 bla. 1949 trat Irland aus dem britischen Commonwealth aus und bezeichnete sich offiziell als Republik. Ja, mein, gut, dass das, äh, der Rain Raider sagt, das passt schon. Weil es passt schon. Pigeon Rock Mountain. Sleeve Mug, Rocky Mountain. T-Wil-Dock-A-Rach. Silver Meat. Ethical. Nee, warte mal, Sleeven-Nagor. Das ist ja kein Wunder, dass ich Probleme habe, den Kram zu lesen. Ha! Bla, 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 bla. Name der Stadt. Naja, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber wie viele Minuten haben wir noch? 17 Minuten? Ach, das reicht ja lang und schlapp, um noch wichtige Dinge zu erzählen. Äh, der Name Dublin ist die englische Form von Doiblin. Irisch für Schwarzer Teich, bla, 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 bla. Und wurde von den Wikingern für ein eigenes Dorf übernommen. Mit Schwarz ist hier mehr ein tieferes Gewässer gemeint, das zum Anlegen eines Hafens geeignet war. Seine ungefähre Stelle wird heutzutage vom Dublin Garden, unmittelbar südlich des Dublin Castle, eingenommen. Der River Poddle, der hier in die Lafe mündet, verhäuft, Leute, das unterirdische, das haben wir ja schon gelesen. Der irische Name der Stadt lautet Beile, Atta, Kalach oder so ähnlich. Für die Stadt der Hürden bezieht sich auf eine im Jahr 988 vom König Mayel Setsch Nail, dem zweiten gegründete Siedlung, an der strategisch wichtigen östlichen Furt durch den Fluss Lafe... 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 Lafebeziellung. Mit Clef, also Hürde oder auch Schilf, Hürde, ist das Flechtwerk gemeint, das zur Erleichterung der Durchquerung der Furt angelegt wurde. Es wurde also ein Flechtwerk zum Erleichtern der Furt angelegt. Achso, so eine Art Zauner, an der man sich festhalten kann, um nicht weggespült zu werden. Das habe ich bei den Römern irgendwo auch schon mal gesehen, die haben das auch gemacht. Die haben dann Flöcke in den Boden geklöppelt und eine Tau daran gelegt, dass die römischen Soldaten samt ihres Graffels dadurch latschen konnten, ohne weggespült zu werden. So, Bevölkerung, 530.000 Einwohner, ungefähr Bremen, ein bisschen weniger. Bla, 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 Stadtgebiet, Stadtrat und Bürgermeister, Institutionen, Städtepartnerschaften. Ja, wieder mein liebendes Thema. Wozu profitiert der Bürger von den Politikern angeleiteten Städtepartnerschaften? In diesem Falle wären das San Jose, Liverpool, Barcelona, Peking und La Paz. Wirtschaft ist vorhanden. Dublin war historisches Zentrum des Brauwesens, unter anderem Guinness. Was klammert hier? Ich lege mir vielleicht irgendwie Epilepsie zu oder irgendwie einen nervösen Tick, damit das Geknarze hier ein bisschen weniger wird. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass jetzt hier... Ich habe hier im Kabel für den Kopfhörer, habe ich hier so eine Steuerbox drin, mit der man so Mikrofon und Kopfhörer und so weiter einstellen kann. Und durch das Gewicht zieht das Kabel ein bisschen. Und wenn ich mich jetzt bewege... Na, ist das? Im Laufe der Zeit entwickelte sich Dublin zu einem Zentrum der pharmazeutischen Industrie, unter anderem Pfizer und des IT-Sektors, unter anderem Europa-Hauptquartiere von Google, Microsoft, Facebook, PayPal, Saigner und Yahoo. Kennt irgendjemand noch Yahoo? Zuletzt gab Ende September Twitter, Ende September 2011, Twitter, die Errichtung seines Europa-Hauptquartiers bekannt. Ja, warum wohl? Hat bestimmt nichts mit Steuern zu tun und Steuerhinterziehung. Nein! Nein, das ist, weil das da so wichtig ist. Bla, bla, bla. Die irische Börse, Stock Exchange ist da und so weiter und so fort. Weiterhin ist Dublin das Finanzzentrum von Irland. Viele europäische Banken, unserem Citigroup, Commerzbank, West-LB, LBBW, HAL, LABA und Versicherungen, unter anderem Irish Life, London Life haben dort Niederlassungen, bla, bla, bla. Viele der größten irischen Fluggesellschaften haben hier in Hauptsitz in Dublin, nämlich R-ERAN, R-Lingis, Cityjet und Ryanair. Und deswegen nennt man das anscheinend ja auch den keltischen Tiger. So wie der Anspielung auf den chinesischen oder den östlichen Tiger, es ist hier der keltische Tiger. Der Fremdenverkehr, wichtige Rolle, bla, bla, bla. Verkehr, Hafen, Straßennetz. Oh, es gibt eine sehr schöne, sehr modern aussehende Straßenbahn. Es gibt aber auch schöne alte, traditionelle Dinger. Es gibt die zwei, diese Doppeldeckerbusse. Elfsky-Bildung, Kultur und Sehenswürdigkeiten, Sehenswerte, Bauten, Denkmäler, Kirchen, Friedhöfe, Musik, Theode, Musik und Ausstellungen, Park und Grünanlagen, Dublin-Leratumgebung von Dublin-Sport, Gaelic, Ethnic Association, Gaelic Football und Hörling. Du musst es mal nachlesen, das klingt sehr interessant. Persönlichkeiten. Es gibt einen Hauptartikel, ja, sehr schön. Für Minuten muss ich überbrücken, zwölf. Durch sind wir dreieinhalb. Da kann ich ja schon mal, schon mal wieder Knöpfe drücken, in der Hoffnung, nicht abzukacken. Mal schauen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen nach... Okay, das könnte möglicherweise der genannte Flughafen sein. Ja, jetzt müsste ich mal gucken, welchen habe ich denn ausgewählt zum Landen. Wahrscheinlich den hier oben, aber sicher bin ich mir nicht. Deswegen schaue ich mal eben nach. Ach, der hier oben. Also so schlau war ich denn doch schon. Nicht schlau genug, langsam zu drücken, um hier wieder zu landen. Da will ich mal gar nicht hin. Ich will hier hin. Der hier. So. Die 16. Na klack. Gibt sogar Geräusche. Okay, das ist aber noch nicht in Reichweite. 16. Das heißt, ich kann Hedding schon mal auf 160 Grad drehen. Hedding. Dreht er? Er dreht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da hat der liebe Jörg eine sehr praktische Geschichte zusammengegrillt. Und ich muss sagen, täglich aufs Neue ein Genuss. Momentan steht es ja noch hier unten. Bei einer Kamera haben wir ja, eine bewegliche Kamera. Hängt sich jetzt wieder fest. Ach, die verhackt sich hier an den Steckern irgendwelcher Verlängerungskabel. Denen ist dann in die Quere gerät. So. Na, momentan ist das alles hier unten noch. So. Und ich werde das dahingehend umbauen. Das sind jetzt zwei Gehäuse, ne. Ein oberer, ein unterer Block. Die sind nur jetzt irgendwie zusammengeschraubt erstmal. Die werde ich also in eine Ebene machen, dass sie alle nebeneinander sind. Und ich werde als Gehäuse, das habe ich irgendwo schon mal erwähnt, eine andere Farbe nehmen. Irgendwas, was mehr so in diese Richtung geht, ne. Ich kann es mal gegen das Licht halten. Dann sieht das toller aus. So. Also so farblich ungefähr wird das das hier werden. Beziehungsweise das hier, das ist so eine Art beige, würde ich sagen. Oder hellgrau, wie halt echte Flugzeuge. Ich weiß es doch nicht. Jedenfalls ist das Schwarze, ist mir einfach zu schwarz und zu dunkel. Und deswegen dachte ich, nehme ich eine freundliche Farbe. Dann fliegt man auch gleich viel freundlicher und wirkt freundlicher. Auch, dass es gar nicht mein wahres Naturell ist. Egal. Ich glaube, ich kann den Terrain Raider abheften. Den werden wir im Moment nicht brauchen. Die Gegend hier ist relativ flach. Was durchaus in meinem Sinne ist. Ich kann ja auch schon mal die Radarkeulen einblenden, ja. Ja, im Moment ist keine zu sehen. Machen wir uns mal größer. Ja, das passt schon noch, ne. So, dann kann ich ja, um Zeitrohr zu schlagen, nochmal eben die Liste der Persönlichkeiten der Stadt Dublin aufrufen. Aus Erfahrung mache ich es aber lieber rückwärts, weil ich kenne diese ganzen Nationalheiligen hinten und vorne nicht. Wahrscheinlich ist St. Patrick aus Dublin. So, Cursor-Tasten da. Ähm, ein Skeleton-Fahrer. Patrick Shannon, aha. Andrea Kaur. Liedsängerin. Und irgendwas. Stefan Weidner. Steven Weidner. Musikproduzent, Bassistensänger und Songwriter. Sieht aber nicht von wem. Enya, ach, guck an. Sie ist ein Jahr älter als ich. Josef von Neut, Charlie Bircher, Carl Carlton, Gabriel Rosenstock, Edward Rutherford. Von Benville, Derek Mahon. Hank Keating. Ja, Keating. Ich glaube, das ist ein, ja, Schriftsteller. Britischer Kriminalschriftsteller. Harrison. Harry Harrison. Kenn ich nicht. Oh, Kat Hein. Markiewicz. Sullivan. Muhr. Sorry, Leute. Eure Prominenz ist mir derzeit nicht gegenwärtig. So. So, so, so. Füße. Alle sortieren wieder. Ah, jetzt kann ich auch mal einen Augenblick entspannen. Einen Schluck besten, bestens Manner schlürfen. Bleifreies Orangensprudel. Manche Leute schlürfen Bier. Ich kann mit Alkohol ganz pauschal nichts anfangen. Es schmeckt mir nicht. Und da ich ein Mensch bin, der sich auf seine eigenen Genüsse konzentriert, habe ich immer wieder gesagt, also wenn mir etwas nicht schmeckt oder zu teuer ist oder vorzugsweise beides gleichzeitig, dann esse, schrägstrich, tinke ich es halt nicht. Dasselbe gilt fürs Rauchen. Es schmeckt mir nicht. Ich habe es als Jugendlicher natürlich mal probiert. Wie ist das so Rauchen? Das ist ja wahnsinnig cool. Aber festgestellt, schmeckt wie ein Laternenfall ganz unten. Warum soll ich rauchen? Man hat einen miesen Nachgeschmack. Die Klamotten stinken. Es kostet ein Spannengeld. Ja, und deswegen habe ich nie geraucht. Und ja, Alkohol, wie gesagt, es gibt jetzt Sachen. Ja, man kann sich Alkohol schön föhnen. Man kann da so lange irgendwie O-Saft reinkippen, bis man den Rum nicht mehr so schmeckt. Oder man kann Mischgetränke zusammenrühren, bis man sie nicht mehr schmeckt. Und bis man den Alkohol nicht mehr schmeckt. Aber dann mache ich das so, ich lasse den Alkohol einfach weg. Das reduziert die Kosten mindestens um die Hälfte. Und die negativen folgen gleich mit. Und wenn jetzt jemand sagt, die positiven Folgen ist doch gerade der Alkohol, dann sage ich, nö. Wir sind, ich bin also häufig in einer Runde von fröhlichen Menschen, bin ich meist der Einzige, der nüchtern ist. Und dann wird es peinlich für alle Beteiligten, ganz ehrlich. Wenn man der ist, der nüchtern ist, dann sind alle anderen einfach nur noch peinlich. Und ich möchte es vermeiden, peinlich zu sein, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ganz abgesehen davon, der eine oder andere richtige Kurve nicht so richtig. Und naja, guck mal, das unter uns jetzt, da ist ja sowas Helles, was ins Meer geht. Ist das jetzt Küstengewässer? Ich glaube, er definiert das als Küstengewässer, weil es eine ziemlich breite Verbindung zum Meer hat. Weil Seen und Flüsse werden normalerweise komplett dargestellt. Ja, vielleicht ist die Farbe tatsächlich so, ne. Meistens wird das ja Richtung Grün oder Richtung Braun, also an einem See. Aber wenn der tief genug ist, würde das passen. Ja, vielleicht suche ich mir das nachher auf den Satellitenbildern mal raus, dann weiß ich es genau. Momentan erschließt sich mir das noch nicht. Und stattdessen gucke ich jetzt nochmal nach, wie denn der Stand der Sachen ist hier. 160 Grad hatte ich schon gedreht, na, ja. Okay, ist noch kein Eidw in Reichweite. Also sehen wir der Sache entspannt entgegen. Die Frage ist eher, wie das hier mit der Höhe aussieht. Wahrscheinlich ist hier die 3.5 und hier eher die 2.5. Ich bin jetzt auf 3.6, dann würde ich mal vorschlagen, dass ich die Situation nutze. Dann drehe ich hier mal den Cursor runter auf 2.5. So, 2.5, ganz genau. Dann drücke ich auf Vertical Speed, sage Fall mal mit 2.000 Fuß pro Minute und fang dich bitte selber wieder ein. Ja, das war vorhin genau mein Fehler, nämlich dass ich nicht gesagt habe, fang dich selbst wieder ein. Sondern, dass ich gesagt habe, steigt mal. Oh, kritiklos steigen. Und das hat er doch gemacht. Er ist kritiklos gestiegen, bis ich es dann irgendwann bei 8.000 Fuß gemerkt habe. Kurz vorm Flughafen. Ja, 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 2800 Fuß. Ach, ihr seht es ja, ne? Auf der Minimap oben seht ihr eine Höhenangabe. Ihr seht jetzt allerdings völlig andere Zahlen als ich. Ihr seht nämlich, wie es aussieht. Entweder falsche Höhenangaben wegen der, weil ich den Luftdruck nicht angeglichen habe. Oder ihr seht Radarhöhe. Weil Radarhöhe, das kommt schon hin. Da sind wir auf 1.480 ungefähr. Ja. Könnt schon passen. Obwohl der Radarhöhenmesser zeigt eher 1.400 und ein paar zerquetschte, ne? Ja. Also ich tippe jetzt eher nicht auf Radar. Ich tippe auf falschen Luftdruck. Also hier sagt mir der Apparello, der sagt mir 2.5. Und der Radarhöhenmesser sagt mir 1.500. Jetzt muss man überlegen, wer von den beiden könnte Rechte haben. Naja, außerdem kann ich nur aus dem Fenster gucken und sehe dann unten, dass irgendwie alles anders ist. Und auch hier fahren sie auf der falschen Seite und quer durch Bäume, wie ich gerade sehe. Da unten fährt ein Auto, ein winzig steines Auto, genau unter dem Flugzeug, fährt irgendwie querbeet. Ja, ich habe ja die Straßen durchsichtig gemacht, damit man die Autos nicht auf diesen superbreiten, völlig unnatürlich wirkenden, günstigen Straßen sieht. So, wie ist denn das jetzt mit dem Flughafen? Wie gesagt, Eidwe 16. ILS Kategorie 1. Ja, das kaufen wir mal. So, dann sind wir da schon mal drin. Ich würde fast sagen, wie ist es mit der Höhe? Mal eben schauen. Da haben wir noch gar nicht geführt. Na schön. Also, sage ich ihm, gehe mal auf Approach. Und auf NARF 1. Der ILS Anzeiger reagiert bereits auf Höhe. Er sagt, wir sind noch viel zu hoch. Mal schauen, ob das noch stimmt. Ja, wir sind noch zu weit weg, als er das sagen könnte. Wir sind noch zu hoch und in der Richtung hat er noch nicht angeschlagen. Wir fliegen aber bereits jetzt nach NARF. Bin mal gespannt, ob er auf den nächsten Waypoint eindreht. Und also dann praktisch auch den richtigen Kurs einschlägt. Und zwar auf den Leitstrahl. Oder ob wir umschalten müssen auf GPS, dass er den Kurs erstmal wieder aufnimmt. Noch reagiert die Seitengeschichte noch nicht. Allerdings stehe ich hier auch noch H-NARF. Das ist ja Horizontal Navigation. Müsste er eigentlich auf Hellgrün gehen. Weil er ja eigentlich... Ja, wenn er aber auf NARF steht, würde er weiterhin Kurs fliegen. Allerdings steht er auf NARF 1. Also nicht mehr auf GPS. Das muss man überraschen. Ich habe allerdings hier ALT und NARF und Approach alle mit grünen Leuchten leuchten. So, der nächste Waypoint ist aktiv. Aber doch, doch, der Zeiger reagiert. Aber hier ist noch eine rote Marke. Anscheinend heißt das... Doch, er dreht doch. Alles gut? Wunderbar. Ja, wir sind noch unterhalb. Aber warum ist hier eine rote Marke, die sagt GS? Hallo, liebe Leute, die ihr mehr davon versteht als ich. Ich frage euch einfach mal. So. Warum ist da die rote Marke? Was bedeutet die? Gleitslobe im Zweifel. Könnte das sein? Dass wir einfach noch zu weit weg sind? Und er sagt, Gleitslobe kann ich noch nicht machen, weil wir sind noch weit deutlich unterhalb. Geht das? Kann das sein? Wäre das möglich? Ist das so? Habe ich recht? Ja, im Grunde will ich ja nur hören, dass ich recht habe. Würde der Pyjologe jetzt bestimmt sagen. Ich glaube es noch nie beim Pyjologe. Ich kann also nicht sicher sein, dass ich einen Dachschaden habe. Ich bin allerdings sicher, dass ich einen Dachschaden habe. Von daher erübrigt sich das Problem. So. Gleitslobe. Ich glaube, ich setze mich mal rein. Aus Prinzip. Jetzt ist wieder schaukelig im Bild. So. Was habe ich gesagt? Wir sind noch zu tief. Ja, und deswegen haben wir urischerweise noch kein... Na gut, dann hoffen wir mal das Beste. Ich habe jetzt noch mal eine Erlebnisse gehabt. Nicht wahr? Gleitslobe ist im Moment auf hellgrün. Hellgrün Gleitsclub und dunkelgrün Altitude Hold. Ich drücke jetzt mal auf Altitude Hold einfach so rum. Ja, springt automatisch von hellgrün wieder zum dunkelgrün zurück. Das heißt, er wartet jetzt einfach noch darauf. Dass er irgendwie in die Nähe kommt, ne? Sehen wir schon was? Irgendwas Dunkles ist da, aber so sicher bin ich mir nicht. Wir haben Seitenwind von elf Knoten. Da haben wir die Richtung gerade korrigiert. Ah, jetzt wandert auch die Nadel. Ah, ich kann euch hier immer hin und her schleppen. Jetzt wandert die Nadel des INS-Anzeigers nach unten und müsste dann irgendwann in der Mitte in den Gleitslobe übergehen. Mal schauen. Ich weiß, das große Bild dreht jetzt gerade durch. Das ist nicht da, dass ich den Kopf so weit gedreht habe. Sonst weiß ich ja nicht. Ah ja, siehste. Ha! So, jetzt fängt die Höhe bestimmt auch anzufallen. Ist das Fahrwerk draußen? Jawohl, zwangsläufig. Ist die Geschwindigkeit zu hoch? Bestimmt. Fahr ich Flaps aus? Also mit den Flaps hat ja vorhin super funktioniert. Ich glaube, ich gehe mit der Geschwindigkeit mal noch weiter runter, nämlich auf 80. Ja, machen wir ein Kompromiss, machen wir 90. Ich sage ja die Eierruhe, ne? Der Geschwindigkeitsanzeiger, der sagt mir hier ganz anderes. Jetzt fahre ich mal vorsichtig Flaps aus. Rufe eins. Ja. Wow! 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 Gleichzeitig zieht er den Motor hoch, um die Geschwindigkeit zu halten. Das ist ein bisschen bescheuert. Also fangen die Flaps mal wieder ein, das ist irgendwie nichts, die führen. Oder ich bin für Flaps maßlos zu schnell. Das werde ich auch nochmal probieren. Vielleicht nicht gerade jetzt. So, 10 Knoten Wind von schräg vorne links. Okay. Autothrottel aus, Autopilot aus. Oh, er funktioniert nicht. Verdammt! Da gibt es nur eins. Oh. So, ja. Jetzt hat sich zwischendurch offensichtlich er hier wieder verabschiedet. Den muss man ja immer zweimal antigen. Ja, siehst du? Keine Kontakte zum Joke gehabt. Da scheint es ein größeres Problem zu geben. Aha! Fast Exit. Okay, dann Exit mal. Erstmal muss man warten, ob er auch wirklich Kontakt kriegt. Dann werden die beiden hier oben nämlich grün, genau. Dann kann man ihn hier wieder grün machen. Und damit sind wir wieder im Geschäft. Jetzt wird es interessant. Muss ich praktisch aus dieser Situation heraus noch auf die Landebahn hüpfen. Wie schnell ist die Maschine? Schnell genug. Also ich ziehe hier sicherheitshalber schon mal dran. Und los geht's! Vurzspinnen! 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 Greye r поб间! Vurzspinnen! 1, 2, 2, 3, 3! 3, 4, 3, 3! und ich hüpfe wieder ganz wunderbar ich hüpfe immer schlimmer so, bleib doch mal stehen ah, wieder ein Schild über den Haufen gefahren das kostet wieder so, das ist jetzt aber definitiv der Seitenwind und bis so viele Knoten sind geht die Bremse wieder nicht ah, die Bremse geht wieder nicht ok, dann lass ich es jetzt einfach ne, ich zieh die Handbremse an bei dem Beweis antreten da haben wir sie wieder ach, rechts geht, rechts geht auch da hat er nur nicht reagiert ja, schön ich sag ja, ich und Spornradflugzeuge das wird eine ewige Hassliebe bleiben oder ich muss mir im Internet irgendwo mal einen Kurs reintun Spornradflugzeuge für Anfänger oder sowas da hinten sehen wir wieder Ineinanderflugzeuge das Gelbe und das Weiße da stecken die Flügel gegenseitig im Rumpf das vermute ich jedenfalls viel sehe ich ja jetzt eher auch nicht außer dass ich relativ flott unterwegs bin immerhin ist hier zum Glück ne Menge Asphalt da kann man eigentlich nicht viel über Gras rollen ja, ich glaube wir stellen uns hier irgendwo aufs Vorfeld und gucken uns die Kram dann lieber von oben nochmal in Ruhe an einfach hier das sieht schön aus da steht ein Auto mit dem wir dann gleich angemessen ja doch das rechte Bremspedal funktioniert so Motor erstmal aus da kann schon mal nicht mehr so viel passieren Strom aus Flaps einfahren Flaps ist schon eingefahren Gehst du wohl aus? Ja So, den brauche ich dann auch nicht mehr So, jetzt gucke ich erstmal eben wo ich schon mal dabei bin Carburetor Eis wo ist das denn hier? Ich bin hier über so einer Grenze dessen was das was die Kamera äh für Headtracking mitmachen kann Oh Primer da ist Mixture und Propeller Carburetor Heat Pull Ja, siehste hab mich doch richtig geraten Und was war noch das andere was ich wissen wollte? Richtig Flap Geschwindigkeiten Mal gucken ob das hier irgendwo steht da hinten ist zum Beispiel irgendwas Ne, ich mach das Headtracking mal eben aus So und dann können wir dann nicht hingleiten das ist dann alles sehr viel einfacher So In Airspeed Bisschen ungenau, ne? Flaps Up or Down Flaps Down Flaps Up Da müssen wir ein bisschen mehr Abstand gewinnen um die Zahlen besser zu erkennen So Flaps Up in Airspeed 80 F IAS Keine Ahnung was das ist Umrechnungstabellen anscheinend Hier verschiedene Luftdrucke Flaps Down T IAS Ja, das sind aber vernünftig das sind Zahlen Also Flaps Down und Flaps Up or Down Das heißt es gibt anscheinend Eine Es gibt aber zwei Flaps Positionen Nicht nur Up und Down Es gibt noch eine dazwischen So Geschwindigkeiten 40, 50, 60, 70 Also man kann sehr sehr langsam mit Flaps Down So viel ist man sicher bei dem Ding Nun gut Gucken wir wieder dahin Ein paar neue Gerätschaften sind hier auch eingebaut Ich muss hier meinen Namst noch irgendwo hin kleben Ich habe ein paar Aufkleber die pack ich mir dann hier irgendwo hin Mal schauen Aber nicht auf diese schönen alten Backe die zahlen Vielleicht auf die Steuersäule in der Mitte Ja, mal sehen Oder hier irgendwo oben schräg unter die Schrauben da Mal gucken Irgendwo pack ich es hin Aufkleber So Dann gucken wir nach draußen Gucken in die Runde Ganz rund Wo wir da gelandet sind Ja in Dublin Ich weiß wo wir gelandet sind Also so viel weiß ich gerade noch Ja Da ist auch richtig Betrieb So Das Doppelflugzeug war gar kein Doppelflugzeug Das ist alles völlig richtig Sehe ich hier irgendwo Doppelflugzeuge Ich habe jetzt X-Live zwar als Plug-in installiert Also es wird beim Start geladen Aber ich starte Es nicht Gesondert Wenn man es startet Sorgt es nämlich für ganz speziell Nach Flugplan Gestaffelten Flugverkehr Auf dem Feld Ihr seht hier bewegt sich Jetzt nichts Das sind alles nur Dekoflugzeuge Aber es sind wenigstens Flugzeuge da Oh da hinten sind noch mehr Das sind bestimmt Alles die abgestellten 737 800 Äh 737 Trich 8 Dash 8 X Max 8 Max 737 Max 8 Oder so Also wir verstehen hier Viele Flugzeuge Dagegen drum Und das finde ich Viel besser Als man so Auf menschenleeren Veranstaltungen Aufschlägt Gut Vielleicht sollte ich Das Genau Wenn ich die Kamera Aus habe Dann deinstalliere ich Das Plug-in Mal eben kurz Und dann gucke ich Mit dem selben Flughafen Nochmal an Und schauen mal weiter Ob die Unterschiede Wirklich so groß sind Also hier ist ja Wirklich kaum Ein freier Platz Sehr interessant Vielleicht mache ich da Ein extra Video von Das ist eigentlich Eine super Idee Genau dasselbe Werde ich jetzt tun So vielen Dank Fürs reinkommen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal